Wir sitzen auf dem Sofa und die Tagesschau ist gerade vorüber und es kommt eine mega coole Kampagne am Fernsehen zu Free The Beats. Franco, du warst so überzeugt von denen und die haben dir wirklich gute Argumente geleistet. Was machst du? Alexa, open Raze Now. Welcome to Raze Now. What do you want to do? Make a donation. To which organization do you want to donate? Free The Beats. What amount do you want to donate? Five dollars. Are you sure you want to donate five dollars to Free The Beats? Yes, please. Thank you for your donation for Free The Beats. Jetzt müssten wir eigentlich noch auf, da haben wir auch das gleiche Problem an. Und Free The Beats. Und was hast du gesagt? Five dollars. Five dollars. Nur fünf dollars. Aber es ist jetzt gleich rein. Kommen Sie jetzt zu nur einundzwanzig. Das ist diese. Danke. 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 Ask Raze Now about the latest donation. Are you sure you want to donate five dollars to Free The Beats? Stop. Goodbye. Open Raze Now. Welcome to Raze Now. What do you want to do? Ask Raze Now about the latest donation. For which organization? Free The Beats. The latest donation for Free The Beats is five US dollars from Franco Falica, made a minute ago. Alexa, tell me about the total donations from Raze Now. Today we have one thousand four hundred twenty donations with a total of one hundred twenty three thousand three hundred ninety five Swiss francs. Okay. Okay. Applause Woohoo! 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 Woohoo!